Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kürbisgernstangerl. Eine knusprige Gaumenfreude sind Kürbisgernstangerl, verfeinert mit leckerer Schokoladenglasur und dem besonderen Geschmack von gerösteten Kürbiskernen. Für ca. 100 Stück werden folgende Zutaten benötigt. Kekse 2 Eiweiß Klasse Large 225 Gramm Staubzucker Puderzucker 350 Gramm ungesalzene, geröstete Kürbiskerne Abrieb von 1 unbehandelten Zitrone Vanillemark von einer Vanilleschote, ersatzweise 10 Gramm Vanillezucker oder eine Packung Vanillezucker 1 Esslöffel Schlagsahne Prise Salz Weitere Zutaten Ganze, ungesalzene und ungeröstete Kürbiskerne verbrennen sonst beim Backen. Rote Ribisel Marmelade Johannisbeerkonfitüre Schokoladenglasur aus 300 Gramm dunkle Schokolade Mindestens 90% Kakao-Anteil Gravis Gravis Tunken Folgende Utensilien werden benötigt Küchenwaage Küchenmaschine oder Handrührer mit Rührbesen und Schlagkessel Küchenmaschine mit Mahlwerk oder Moulinette Schneebesen Zestenreißer oder sehr feine Küchenreibe Teigschaber Je 1 Spritzbeutel mit gewählter Tülle und einer sehr feinen Tülle 1 Malspritzbeutel dabei eine ganz kleine Öffnung einschneiden Backbleche ausgelegt mit Backpapier Backgitter Topf für das Wasserbad zum Zubereiten der Schokoladenglasur Schüssel für das Wasserbad zum Zubereiten der Schokoladenglasur Zubereitung Eiweiß mit einer Prise Salz zu steifem Eischnee schlagen Den Zucker nach und nach unterschlagen Die Kürbiskerne in der Moulinette reiben und mit dem Zitronenabrieb sowie dem Vanillemark unter den Eischnee heben Die Masse in den Doktorissiersack füllen und die fertigen Stangerl damit spritzen Die Stangerl mit Kürbiskernen bestreuen Die Kekse im vorgeheizten Backrohr auf der mittleren Schiene mit etwa 140 Grad Celsius etwa 20 Minuten mit Umluft Dabei sind mehrere Bleche gleichzeitig möglich bei etwa 130 Grad Celsius für etwa 25 bis 30 Minuten leicht bräunlich backen Achtung, nicht zu dunkel werden lassen da die Kekse sonst sehr schnell bitter werden Die gebackenen Stangerl auf dem Backgitter überkühlen lassen Die Schokoladenglasur nach Rezept zubereiten Die Ribisel-Marmelade glatt rühren Die Hälfte der bärkühlten Stangerl mit Marmelade bestreichen und mit jeweils einem zweiten Stangerl zusammensetzen Die geschmolzene Schokolade in einen Dressiersack mit sehr feiner Tülle füllen und die Kekse damit garnieren Lagerung Gut gekühlt und richtig gelagert halten die Stangerl ca. 6 bis 8 Wochen Am besten in einer luftdichten Dose oder einem Karton Einzelne Schichten von Kuppeln mit Pergamentpapier trennen Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee, Vollmilch oder heißer Kakao Besonders lecker als Beilage zu Die Stangerl schmecken auch sehr gut anstatt Waffeln zu Eis wie etwa Vanille oder Schokoladeneis Diese Varianten gibt es Weiteres leckeres Weihnachtsgebäck Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!